so da sind wir wieder hallo zurück mit part 3 melke rising eine stunde go go wir sind auf dem zug und rocken mit der mega flut let's go da oben ein böser helikopter ich hoffe schon mal dass der nicht zum problem wird ach da ist er auch schon der bobbinger oh der andere ist auch noch da das sind beides so grinsen es muss doch wehtun was about all the good things war is done for us why don't we ever hear speeches about that jobs technology a common purpose writing forget me stop him you ain't listening oh 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 ich hab's kommsen shit oder um es mal cool zu sagen oh das war's für den premier minister oh Ich bin der Zeit, ich bin der Fall. Ich bin der Weg! Ja, der Bösewicht entkommt und der andere Bösewicht, hoffentlich können wir den besiegen. Bin ja schon leicht beeindruckt. Aua, aua, aua. Okay, erstmal Block-Mode. Wo ist der hin? Hä, wo ist der hin? Oh, ich bin nicht schüch. Aua, der macht jetzt echt Klaus-Präger-mäßig. Scheiße, das... Aua. Oh, fuck. Direkt reingelaufen, ja. Ich glaube, ich muss, äh, mehr Block-Mode. Oh, der Verwirbel-Unser war dann doch schon ganz schön. Auf, auf, greif an. Ey, wo ist denn eine Autoblock-Funktion, die angeblich eingerichtet wurde hier? Ich hoff's nicht. Oh, fuck this shit. Oh, bin ich schlecht, ey. Ich muss noch viel lernen. Okay, tschüss. Das war's doch wohl. Ich hab's nicht anders verdient. Ganz einfach. Ja. Oh, der kann ich den nicht beziehen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber... Wir werden schon irgendwie rocken. Aua. Ups. 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 Fuck, Alter. Oh, no. Der hat uns ja einfach nur geohnt, ey. Habt ihr das gesehen? Da tut er seine Waffe weg und lockt uns an und zack, wo ist er raus? Boom. Auge weg, Arm weg. Oh, shit. Shit. Not again. Haha. Haha. Nicht schon wieder. Alles klar. Ups. Verdammt. Reden. Are you alright? Nein, bin ich gut. You're almost clear of the tunnel. Just hang out. This is all the Ripper has to offer. Ups. Ich sehe hier gar nichts mehr. Guck mal, was macht der Idiot denn? Wo läuft der denn lang? Aua. Aua. Ah, verdammte Scheiße. Boah, ich... Der Snow. Ab, ab. Auge ab. Steuerung. Auf retardet gestellt. No chance. Das. Tust du nicht bitte. Tust du nicht. Bist du doch mitten in der Aufnahme. Hehehehe. 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 So, ich hoffe du haust jetzt ab. Du lässt dich von den Maschinengewehrsalben beeindrucken. Och, ich bin nur noch ein Schattenmann selbst. Och, zum Glück er verzieht sich. Na warte Jungs, das hat ein Nachspiel. Man sieht sich immer zweimal im Videospiel. Ja, ja, ja. Schön Jungs, Rocket Lungers. Ihr habt ja richtig was aufgekastet. Oh, Flares rausgekriegt. Ja, dann kommen wir mit diesen billigen Alketen. Tja, die wissen auch Bescheid. Echt Bros. Ich meine keine Brothers, sondern Brofies. Ah, hinter den Berg. Das war's dann wohl für's Erste. Reicht ja auch, würde ich fast sagen, oder? Ich brauche auf jeden Fall erstmal medizinische Versorgung. Alles vollgeblutet. Oh, Mann. Ey, also mal ehrlich Jungs, ist das nicht geil? Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch quasi mehr ein interaktiver Film als in Anführungszeichen nur ein Videospiel. Das ist Rocco Choco. Ist einfach nur gut. Weiter. Oh, das erste Schiffmann-Datei R00, Start ist geschlossen. Sehr schön. Ihr wisst, ich freue mich immer über Schiffmanns. Und dieses kam ganz frisch aus dem Tisch. So, ich bin schon sehr gespannt darauf zu sehen, wie es jetzt weitergeht. Muss ich schon mal so sagen. So, ja. Hab ich nicht weiter gedrückt. Da, tun wir nochmal. Und weiter geht's. Drei Wochen später. Okay. Oh, das ist doch hier Wetter nach meinem Geschmack. Zufälligerweise ist bei mir heute auch Regenwetter. Und jetzt geht leider das Regenwetter weiter. Gefällt mir. Wenn das so anfängt, dann wird's ein guter Tag. Merkt euch das. So far so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve? Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly, like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. Ha, 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 ha. We will get you in safely, Dvaric. Just relax and enjoy the run. Okay, man hört mich wieder hoch. Ich glaub, ich bin besser denn je. Can you hear me, Raiden? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy Cyborg should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me. It's a combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. I love Capitalism. I love Capitalism. I love it. I love it. I love it. There, I see land. Three miles out and closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Cap, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just human me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolseyev, leader of the occupation forces. An extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terrorist spree in Georgia. And his arms supplier? None other than Desperado Enforcement LLC. Desperado Enforcement LLC. And Imani's killers. If we don't stop them, they can stabilize the entire region. Oh, yeah. But our more immediate problem is Jetstream Center. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... I will. Uh, sorry. Ready for insertion. Alright. So... dann werde ich jetzt wahrscheinlich rausgetroppt. Da habe ich noch so eine Art... Speed Chat oder was. High-Tag macht's möglich. Abfallkumpel. Yeah. Und da flieze ich. Boah. Nice gelandet. Schön für die Kamera. Okay. Und da flieze ich. Jo... Ja ich würde... du wirst was... giant, ohnehin... Aber... Angeber mäßig Assets Best Also rockt Ich freu mich schon auf die nächsten beiden Metal Gear Teile Die dann auch endlich für die Xbox rauskommen Einfach nice, 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 nice Riders, you landed safely, huh? First head inland The waypoint is marked on your Solitan radar Contact us on Kodak if you have questions So Ich kann hier ins Wasser gehen, okay Bis hierhin Ah, jetzt geht hier was Das heißt, sie senden Ah, ich kann mit denen reden, wie geil Auch das gefällt mir, dass ich dann mit denen Also wenn man so telefonieren kann Und so, cool Okay, okay So Okay, die nächsten 15 Minuten Und der dritte Part ist im Kasten Wir sehen uns dann zum vierten Part gleich wieder Bis zum nächsten Mal